Nämlich eine kleine Kamera installiert und die wollen so ein kleines Video-DVD drehen. Also schön lächeln, schön nach vorne kommen, damit wir ein bisschen nach Moskau winken können. Und sie haben uns ja fristisch gesagt, ette butet cruda, das heißt also, es wird cool. Und das werden wir natürlich jetzt mal zusammen ausprobieren. Also viel Spaß und gute Unterhaltung auf der Antenne-Zürcher Bühne mit dem... ...Pool Orchestra! Jetzt Applaus! Gute Unterhaltung! 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 Musik 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 This was Tihalf Orchestra for you. Thank you so 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 much all the way from Russia. Thank you so much guys. Thank you so much.